Fleisch ist nicht einfach nur Fleisch. Jedes Tier ist anders, jeder Kunde ist anders. Es ist immer alles ein bisschen anders und aus dem etwas machen, aus dem etwas generieren, eine Wertschöpfung daraus machen, etwas Spezielles daraus machen, wo die Leute Freude haben, also das ist unbeschrittlich, das kann man nicht erklären. Wir sind hier in der Metzgerei Rust. Die Metzgerei Rust gibt es seit fast zweieinhalb Jahren. Ich habe den Betrieb von Bruno Scheiwiller übernommen. Ich habe hier die Lehre gemacht, bin auf Zürich heruntergearbeitet und das war nichts für den Rust. Der Rust musste ins Dock gewogen, weil in einem Betrieb man die ganze Wertschöpfung sieht, wo man alles machen kann, wo man wussten kann, wo man den Kontakt auch hat zu den Bauern, zu den Kunden und das hat mir gefehlt und das habe ich hier gefunden. Als ganz kleiner Bursch bin ich in die Metzgerei gelaufen und da hat der Patron Bruno Scheiwiller zu mir gesagt, das Tier gibt es mal einen Metzger. Dann habe ich gedacht, jetzt gehst du einfach mal schauen, ob das wirklich etwas wäre für dich. Vom ersten Tage habe ich gesagt, da ist es. Ich denke mir, einer der grössten Unterschiede, den wir jetzt auch bei uns haben, ist, dass wir wirklich selber schlachten. Wir haben die ganze Wertschöpfung unter einem Haus und das gibt mir die Möglichkeit, den Bauern, den Landwirt, das Tier, im lebenden Zustand sehen. Das Produkt von A bis Z können Sie sehen. Und das macht es aus. Nicht nur ich bei der verdienten Kulinar und König, sondern mein ganzes Team. Ich mache es nicht allein. Wir lassen das alte Handwerk wieder etwas neu aufleben. Wir lassen alles, was alt war und gut war, wieder aufleben. Und das produzieren wir auch tagtäglich und haben die Freude uns im Beruf. Also, es zeigt, dass wir eher die Fussung sind. Aber wir Untertitelung des ZDF, 2020